Ja, und wie ich versprochen habe, erfahrt ihr jetzt, was hier drin ist. Also gehen wir mal gleich rein. E-A-D, Image as Design. Oh, ich glaube, ich weiß schon, wo wir hier reinkommen. Ja, plastische Chirurgen. Hier können wir uns zum Beispiel zu Frauen machen, etc. Kollege? Kostet nur 40.000 oder sowas und dann können wir uns hier hübsch zu Frauen machen. Oder halt anders. Das können wir dann später entscheiden. Ich würde sagen, wir machen erstmal in der Hauptstory weiter und danach haben wir genug Zeit rumzualbern, etc. Okay, da oben haben wir noch so ein Teil. Gut. Das da oben schnapp ich mir auch noch, Alter. Ich muss aufhören die ganzen Datenfragmente sammeln und mal mit meinem Raumschiff abgehen. Raumschiff sag ich schon. So, Telefon. You will owe me later. Hey, Kollege. Können wir die anderen auch herrufen? You got it. You have a plan this time, right? So, jetzt sind wir hier mit allen unterwegs. Ihr könnt mal alle gleich in meine Big Boss Karre rein. Kommen. Wir sind jetzt nämlich zusammen unterwegs und shooten erstmal unseren Wagen. Nice, da hätte ich viel früher drauf kommen sollen. Das hätte bestimmt sehr geholfen. So, wo können wir der Pimmy White machen? Virus Sammlung. Nein. Virenentführung. Okay. Probieren wir ja noch einiges zum Aufdecken. Was ist das? Panzer Vandalismus. Oh. Hammer. Wim Jobs. When they fire. Was ist das Needle? Wo können... Okay, was ist das Needle? Nein. Äh, wo können wir denn unsere Autos tunen? Bei so einem Teil? Betrug. Nein. Die Läden sind ja, glaube ich, alle berühmt. Ich glaube wirklich so ein Wim's Job. Da können wir tunen. Hm. Okay, wo wäre dann hier ein Wim's Job? Da wäre ein Wim's Job. Gut, fangen wir da mal hin. Okay, ich darf das Auto auf dem Weg dahin nicht unnötig. So, warum darfst du stoppen, Dirt auf mich und ich erzähle niemandem über ein paar von deinen Proclivities. Wie geht es um das Sportsteam? Ah. Es ist gut, dass ich der Präsident bin! Hammer. Die Kollegen hätte ich mich schon viel früher ranholen müssen. Wir steigen ja aus, Leute. Hacken wir den Laden hier. Ja, sei doch, Sisi. Das müsste der sagen. Ja. So ein Churchill. Anpassen. Farben. Karosseriefarbe. Schwarz natürlich. Lollipop-Lack. Ne, der ist schon in Ordnung so. Hm. Scheibentönung. Moment. Wenn ich mir schon eine Big Boss Karre mache. Dann auch in den Saints Farben. Dann auch in den Saints Farben. Okay. Hm, das sieht doch schon mal noch was aus. Die nehmen wir auch nochmal ein Bitch. Unterboden-Licht. Dann machen wir nochmal ein Saints-Style. Felgen-Style. Gefällt mir. Leistung. Spannung. Lollipop-Lack. Kicking. copu. Da machen wir einmal, zweimal am besten. Das können wir auch mal machen. Das auch. Das auch. So gefällt der mir eigentlich ganz gut schon. Räder. Ja, die können mir eigentlich auch so bleiben. Die lassen wir jetzt einfach mal so. Alles klar. Freunde, wollen wir uns da mal unser Taxi holen? Oh, die klingen an der Seite. Hm, schickes Ding. Nein. Puh, das schicke Auto. Gerettet. So, wo soll es denn jetzt mal hingehen? Karte. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz shoppen. Mal sehen, ob wir noch ein Börs-Essigeres Outfit für uns finden. Sorry, dass ich jetzt die Klingen nicht zeige oder mich ein bisschen beeile. Nur ich will, dass das schicke Baby hier nicht verletzt wird. Obwohl es natürlich jetzt immer so spawnt. Das ist logisch. Fuck. Okay, dabei ist es nicht so gut. Das wäre halt auch meine Big-Boss-Karre. Hm, dann noch unten drunter so rosa, dieses rosa LED. Hammer. Richtig senswoh-haft. Oh. Und zu alle, lenkt er uns? Dann bitteschön. So, ich will nur gucken, ob ich da nicht ein geileres Outfit finde. Was da besser passt. Hm. Der hier vielleicht. Hauptfarbe würde wieder ein schwarze machen. Zweitfarbe so. Drittfarbe wäre das Teil hier. Oh ja. Ja, ich glaube, ich nehme lieber das. So. Nice. Yep, das ist eindeutig schicker. Was ist denn unser Auto? Ah, da. Okay, was haben die jetzt so lange in einem anderen Auto gemacht? Ah, Datensammlung 15. Push. Wir holen uns jetzt mal das nächste Kraft-Upgrade. Telekinese. Was gibt's denn hier? Auflasen. Lädt schneller auf. Ja. Werde eins mit der Simulation, setzte deine Geisteskraft da ein, um Gegner herumzuwerfen. Ah, okay. Telekinese-Element-Kraft. Moment, was haben wir hier für andere Elemente? Kraft-Blitz-Lebens-Raub. So gut, digital Leben aus allem, was du in die Finger bekommst, und verleibe es dir ein. Hm, Hammer. Ich würde aber sagen, ich lavetere das hier mal ab. Zack. Gut. Hey, da sind noch neue Upgrades. Da kommt aber zwei Wandlauf. Ja. Ich mach das nur so, ich mach das nur so, ich guck mir das später nochmal an, aber neue Elemente hier. Ah ja, Feuer. Ich will nur, dass das dann da weggeht. Bei Upgrades haben wir auch noch was Neues. Kampf. Beid-Händisch-MPs. Das dann geht noch nicht. Muniziert für die Schrotflitter. Serviteur. Erkampf-Super-Stärke. Okay. Bande anwerben. Rekordiere drei Saints-Mitglieder. Begleite abhärten. Trainiere deine Begleiter bei Beschuss weniger zusammenzucken. Nice. Das sollten wir eigentlich nehmen. Das Schiff. Begleite da Saints-Verstärkung. Gesundheits-Upgrade. Bande Wiederbelebung. Verbessere deine Begleiter, sodass die MPS tragen. Drei Stück kann ich da nur anwenden, leider. Bonus-EP. Fähigkeit Ars-Geyer. So, das nochmal. Von gelöschten Simulationen wird doppelt so viel Bargeld feingelassen. Vielleicht sollten wir uns hier mal was holen. Stündliche Überweisung von 500. Ich glaube, wir machen das hier mal. Pro Stunde kriegen wir dann ein bisschen Geld. Das ist ganz hilfreich. So, Nebenaufgaben. Verbessere ein Auto. Hab ich das nicht gerade eben gemacht? Okay, wir müssen ja jetzt... Wir müssen da nur reinfahren und irgendwas machen. Das ist... Das ist... Das ist... Ich meine... Wir müssen jetzt nicht unbedankt was upgraden. Neben den Waycaster sind wir etwas schneller da. Steigt ein, Leute. Steigt ein. Oh, hier kann nur einer rein. Oh, hier kann nur einer rein. Tja, dann muss ich dich zurücklassen. Kannst du hier hinterherlaufen? Nein, ich würde mal annehmen, dass sie irgendwann vor mir irgendwo spawnt. Neu. Wenn wir aussteigen. Ich hab den abgedrängt. Hm, der Waycaster geht mal richtig ab. Oh, und da meldet sich der Timer. Das heißt, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Saints Row 4. Ciao.